herzlich willkommen zu einer bonusanalyse für klienten der premium analyse der jahresvorschau 2018 tatsächlich geht es um fünf spannende ereignisse innerhalb von fünf tagen tatsächlich steckt sogar noch mehr dahinter aber diese fünf ereignisse sind sicher sehr zentral zuerst haben wir also am 27 juli die mars opposition die findet statt um 6 uhr 13 londoner zeit ich nehme also immer die londoner zeit weil das ist der 0 grad meridian greenwich und da liegt auch london city das finanzzentrum auf dem planeten ja eine ein staat im staat territorial nicht zu großbritannien gehörig und von daher wie es so schön heißt ja auch geld regiert die welt das ist der platz von dem aus alles initiiert wird und an diesem platz zeigt sich also die mars opposition hier fast auf der aszendent deszendent achse wir sehen also hier haben wir die sonne und hier haben wir den mars und die stehen beide auf vier grad in den jeweiligen zeichen löwe und wassermann und im t quadrat dazu haben wir hier den uranus außerdem gab es 1987 im februar die größte bisher gemessene supernova die auch deswegen im 1987 a genannt wird und die fand auf 7 grad im wassermann statt das heißt diesem punkt der sich immer wieder auch als auf rührerisch und ja aktivierend gezeigt hat diesen punkt sehr nahe steht der mars bei dieser mars opposition das ist also eine sehr angespannte lage ein t quadrat in fixen zeichen da geht es immer um sturheit und macht und besitzstände die nicht her gegeben werden wollen die aber her gegeben werden sollen wir haben hier auch wenn wir das so wollen sogar ein großes quadrat hier mit dem toro noch dazu der toro im skorpion ja also ein großes quadrat wäre das dann toros einfach ein einer der asteroiden im asteroiden gürtel also wird von vielen sicherlich nicht so ernst genommen wobei das oft auch durchaus sich als fehler zeigt und dieser toro ist durchaus auch fanatisch und gewaltbereit im thema durchsetzung und steht hier ja im vierten haus wo es um volk und nationalismus und eben ja auch ideologien geht mit dem skorpion der da im vierten haus ja eingeschlossen steht und was eben auch ja zunehmend aufgeheizt wird wir sehen also die sturheit der fixen zeichen wird da ganz ganz stark betont und eben auch aggressiv aufgeheizt die sturheit der fixen zeichen wird hier also massiv gestärkt und aufgeheizt auch möglicherweise aufeinander gehetzt also der uranus im stier ja diejenigen die was haben die sind schuld da werden dann sündenböcke präsentiert die dann daran schuld sein sollen dass es schwierigkeiten gibt auch gerade auf der ökonomischen ebene aber es wird eben auch aggressiv vorgegangen ja der wassermann ist ja auch ein zeichen des sozialismus des kommunismus also der gleichmacherei und ein mars in erdnähe der da auch noch dieser supernova nahe kommt könnte schon starke impulse geben einfach auch die menschen weiter zu enteignen unter dem label eben von gerechtigkeit und gleichheit und so weiter was dann eben alles so an schlagworten benutzt wird um den menschen einzureden es sei ja in ihrem sinne wenn enteignet wird so dann hatte ich ja schon angekündigt auch dass mars in dieser phase außer rand und band ist und wir sehen hier steht hier bei einer deklination im moment der erdnähe von 25,8 grad südlicher neigung ja und die die ekliptik liegt auf maximal 23,4 grad ist also schon weit weit außerhalb und diese phase wo der mars so außer rand und band läuft ist eben hier zwischen dem 7 juli und dem 24 september er ist dann also schon etwa drei wochen außer rand und band und tut das eben bis 24 september noch weiterhin wir sehen also mars ist nicht nur in erdnähe mars steht nicht nur in dieser t quadrat oder gar großes quadrat position sondern mars ist eben in dieser phase auch massiv außer rand und band das heißt also mars energien werden sehr übersteigert auf der erde zu erleben sein hysterische aggression und eben insbesondere natürlich auch im kontext dieser wassermann energien ja also dass transsexuelle ihre eigenen klos fordern und dieses ganze thema so mikro minderheiten die dann in die öffentlichkeit drängen und großen radar veranstalten wie unglaublich benachteiligt sie angeblich seien ja und natürlich auch dass echte benachteiligungen ja sowie von indigenen völkern an die öffentlichkeit kommen werden und dann wieder petitionen rumgehen auf facebook dass man für die rettung dieses oder jenes indianer stammes in brasilien oder ecuador oder so jetzt seine stimme abgeben soll und was hinterher dann keinen interessiert aber die menschen haben ihr gewissen beruhigt ja ich habe ja was getan das ist also auch ein ganz starkes wassermann thema und natürlich auch wassermann skorpion also das ideologische und auch wassermann löwe also alles das was wir hier haben ja also ja ich ich habe ja was getan ja ich bin ja so großartig ich habe jetzt diese petition gezeichnet jetzt schauen wir uns an wie wirkt sich das ganze auf 9 spezielle länder aus weil ich es zuerst genannt habe möchte ich auch mit deutschland beginnen ja und wenn wir hier hinschauen dann sehen wir also diese mars sonne opposition die findet wirklich exakt auf der ascendent deszendent achse von deutschland statt und wenn ich exakt sage meine ich auch exakt also bei 4 grad 22 befindet sich hier diese löwe wassermann achse auf der ascendent deszendent linie und bei 4 grad 8 minuten findet dann eben diese mars opposition statt und hier auch auf 4 grad diese mondfinsternis am selben tag das heißt also zusätzlich wird auch der mondknoten des wiedervereinigten deutschlands eben hier genau von diesem mars getroffen also der mondknoten steht bei 5 grad der mars in der opposition bei 4 grad bei der erdnähe bei 3 grad also das ist sehr genau und außerdem wird der jupiter bei der erdnähe exakt von der sonne bedeckt das heißt also da kann durchaus etwas auf leuchten ja ist ja auch gerade dann die möglichkeit dass da wieder aus angeblich humanitären gründen wieder so und so viel tausende von flüchtlingen reingelassen werden das ist ja das große problem auch dieses wiedervereinigten deutschlands dass es diesen fische inkarnationspunkt hat und dass da auch direkt ja das volk mit betroffen ist das volk das im neunten haus hier aufgelöst werden soll und also international aufgelöst werden soll und das ganze natürlich auch durch ja straf und schuld themen welche das bei den deutschen sind das ist ja bekannt natürlich auch hier ein großes thema mit orkus ja im ersten haus also die toten wo man also dann den reichtum den deutschen wegnehmen darf weil die haben ja da tote verursacht und deswegen müssen sie sich schuldig fühlen und deswegen müssen sie natürlich auch ganz ganz viele migranten ins land lassen so jetzt hatten wir also neun länder uns angeschaut und jetzt wollen wir uns auch noch mal anschauen was das mit dem einen oder anderen prominenten im weltgeschehen veranstalten könnte so hier schauen wir uns angela merkel an bei angela merkel spielt auch wieder der follows eine wichtige rolle ja das tauchte ja vorher auch schon mehrfach auf auch bei den länderhoroskopen usa russland und das heißt der follows von merkel wird in exakte konjunktion gehen mit diesem mars der erdnähe und der mars opposition das heißt sie könnte dinge tun die eben auch konsequenzen haben von denen sie auch weiß sie haben konsequenzen und sie tut es trotzdem und es hat dann auch konsequenzen also sie hat ja nicht mehr viel unterstützung auch nicht in der cdu und das heißt wenn sie zum beispiel noch mal eine nächste charge an migranten rein lässt um ihrem auftrag nachzukommen dann könnte das schon ihr ende sein ja auch als kanzlerin dass sie dann parteiintern von leuten wie sparen und so weiter weg geputscht wird und das wäre also denkbar also dass sie etwas tut was was nicht unbedingt auch zu ihrem vorteil sein wird und der follows steht hier auch in in einem jod mit venus und orkus venus und juno hier auch in konjunktion also dieses thema intrigen und einsamkeit auch sie ist ja durchaus einsam also sie ist jetzt nicht so eine kanzlerin des volkes wo man sagt ja die lieben wir alle und ich denke das weiß sie auch ganz genau und dass sie insofern auch mit dieser einsamkeit stark konfrontiert werden wird und eben auch sie zunehmend in ihrer partei vereinsamt ja also alleine steht auch und dann haben wir ja scorpion bei ihr auch stark besetzt ja also saturn und lilith gut der waruna steht schon ein paar grad weg vom uranus aber diese thematik ist natürlich auch durchaus getriggert also dass sie sicherlich auch sehr stark eine kanzlerin von geheimdienst ins gnaden ist und eben auch einfach einen auftrag ausführt und sehr krass ist natürlich auch hier saturn lilith also dass da ja der toro draufsteht und in opposition dazu der uranus steht das könnte natürlich auch dahin führen dass ihre stellung in der öffentlichkeit auch durch schatten themen angegriffen wird das sieht man ja auch jetzt schon also da werden dann so dinge ausgegraben und in der bild zeitung veröffentlicht über ihre beteiligung an skandalen im zusammenhang mit dieser flüchtlings krise und dass sie das alles wusste und so weiter und das könnte natürlich noch viel viel heftiger werden im zuge dieser mars erdnähe ja und dann hat sie auch noch den vertex bei anfang löwe stehen das heißt die sonne geht über ihren vertex allerdings steht dann eben der follows und der mars auf ihrem anti vertex und dieser anti vertex ist der punkt wo man dinge bekommt die man nicht haben will also der vertex gilt eher so als so ein wunsch erfüllungspunkt auch und der anti vertex im mehr oder weniger das gegenteil das heißt also ihr steht sicherlich massiver ärger ins haus in dieser phase